Auch die Landeshauptstadt Klagenfurt putzt sich im Advent festlich heraus. Wenn es dann dunkel wird, erstrahlt die Stadt im vorweihnachtlichen Glanz. Der neue Platz verwandelt sich im Advent in ein wahres Weihnachtsparadies. Unendlich viele Lichter verzaubern die Atmosphäre. Der Christkindlmarkt ist ein beliebtes Ziel für Groß und Klein. Zahllose Stände laden zum Stöbern und Staunen ein. In dem vielseitigen Angebot findet man sicher ein passendes Weihnachtsgeschenk. Naschkatzen finden allerlei süße Versuchungen. Für den kleinen Hunger gibt es herzhafte Stärkungen. Und eine köstliche Tasse Glühwein wärmt nicht nur die Hände, sondern auch die Herzen. Kinder lockt eine Fahrt mit dem Christkindl-Express oder eine Runde mit dem Karussell. Wem das noch nicht reicht, der kann sich am Eislaufplatz austoben. Auch für Unterhaltung ist gesorgt. Die Brauchtumsbühne bietet traditionelles und modernes für jeden Geschmack. Ruhiger geht es auf dem Domplatz zu. Hier findet man echtes regionales Kunsthandwerk wie handgemachten Weihnachtsschmuck und traditionelle Schnitzereien. Wer dem Trubel entgehen möchte, kann einfach durch die festlich beleuchteten Gassen Klagenfurt spazieren und die Stimmung genießen. Hier lädt das vielfältige Angebot der Einkaufsstraßen zum Weihnachtsshoppen ein. Danach lässt man den Tag am besten in Ruhe bei einer Tasse Glühwein am alten Platz ausklingen.